hat und da hat er es geschafft. Weiß ich nicht, ob ich dann sagen, da habe ich es geschafft, aber ich sage mal, wenn ich Helder habe, gut, es gibt welche, die wirklich stupides Helden machen, aber das hatte ich ja bis jetzt nicht. Ich hatte halt wirklich Kritiken, die sachlich waren und auch gestimmt haben, wo ich ja am Anfang wirklich immer dagegen gehe und nein, nichts ändern, ich mache das so, wie ich denke und so weiter. Ja, nichts anderes, ich kenne es ja nicht so und ach, was da, ich sage mal, für Tränen geschlossen sind, oh mein Gott, wenn ich mich da noch zurück erinnere, es war irgendwie in den hunderter Folgen oder sowas und am Anfang noch keine Ahnung gehabt von Bearbeitung und so weiter, Lautstärke, ach, herrje, miné, miné, was da nicht alles war. Und jetzt, also es werden immer mehr Zuschauer, was mich riesig freut und ich bin mir immer am überlegen, ich werde natürlich nicht alles sofort machen an Kanalausbauten und so weiter. Wer ja auch, ich werde das Stück für Stück, ich werde dann erst mal gucken, wie der Vlog bei euch ankommt und hab mir da, äh, mal schauen, ich werde dann einfach in dem Vlog eine kleine Umfrage machen, aber Mensch, ich will, ich verrate schon alles, was ich vorhabe, mein Gott, schlimm, das ist doch nur ein Let's Play. Na gut, ich kann ja schon mal ein bisschen was verraten, was alles geplant ist, aber in dem Vlog, äh, das mache ich dann in dem Vlog, da ist so, so schöne Sachen. Ach, das wird genial, ich freue mich, ich freue mich. Und auch, dass ihr mir die Stange haltet, klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich es meine. Wenn ich das ein oder anderen ein bisschen schlecht klinge, liegt das daran, dass ich mich ein bisschen erkältet habe. So, der klappt jetzt auf jeden Fall, super. Na, komm ran. Blöd, dass die so groß sind, die Viecher. So, und fertig. So, ich wollte jetzt eigentlich aufs Ross aufsteigen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das so ein gewisser Timeout hat, bis ich wieder aufsteigen kann, wenn ich irgendwie abgeworfen wurde oder so. Kann das sein? Könnt ihr mir mal antworten, ey? Also, Leute, also für mich finde ich, ich habe die besten, ich habe die beste Community, die es überhaupt gibt. Ihr seid so spitze, Leute. Okay, den brauche ich nicht mehr. So, dann haben wir dort mal wieder ein schönes Exemplar zum Beseitigen. Und für sie... Fehlen mir nicht noch Handschuhe? Ne? Aber das sind Lederhandschuhe, die ich gerade gekriegt habe, oder? Ach, Lederhandschuhe, der Flamm. Na gut, okay. Dann sind es halt Lederhandschuhe. Äh, Lederhandschuhe. Jo, kommt ran, kommt ran, kommt ran. Na, kommt. Kommt, gut, 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 gut. Und, was ich ja auch noch mal, was ich ja auch noch machen wollte, was ich euch ja gesagt hatte, dass ich ja zum Klang noch für ein Museum war. Und ich habe das immer noch nicht aufgearbeitet. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Die Zeit, die Zeit, hoch geht die Zeit hin. Wenn man, wenn man jung ist, der denkt, man hat unmassen an Zeit. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Zeit immer schneller weggeht. Immer schneller rum. Äh, hallo? Macht ihr mal die Biege. So, jetzt haben wir euch alle einsamen, 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 einsamen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Money, money, money. Makes me money. In a rich man's bed. Oh Gott. Hilfe. Ich bin ja auch ein bisschen blam blam geworden. Ich bin ja auch ein bisschen blam blam geworden. Das ist nicht ganz so jünstig. Ne? Wieso Mana vor allem dann? Ich muss mal ein bisschen haushalten damit. Nicht alles, auch wenn's Jute-Attacken sind. Ein bisschen mit dem Mana haushalten. Ich nehm die da noch mit. Los, kommt ran. Kommt ran. Kommt. Kommt, 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 kommt. Gut, 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 gut. So, da, 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 da Aua, Aua, Aua. Wenn du keine Stimme hast, das ist das so für einen Let's Player mit das Wichtigste. So, die Stimme. Die braucht man schon. Los, komm. Komm. Komm da. Hey, du. Fifi, komm ran. Hey, hallo. Ja, du, genau, brav. Dich meine ich. Aber jetzt ist er ja da. Jetzt brauche ich ja kein Schatten mehr. Ach Gott, das ist die Lava-Säule. Egal. Und auch erledigt. So. Ein bisschen halten sie noch durch. Aber nicht mehr viel. Oh, meine armen Tiere. Meine armen. Begleiter, meine armen Pferden. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das ist. Und ich will ja eigentlich keinen Kämpf-Shop ausreden. Ich will keinen Kämpf-Shop ausreden. Ich will keinen Kämpf-Shop ausreden. So. Und weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich wollte schon noch, hä? Doppelt, aber das sind ja zwei, ja. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Muss ich zugeben. Muss mal wieder, das hab ich ja früher gemacht, immer so eine Themen-Sammlung. Immer wenn mir was durch den Kopf gegangen ist, aufgeschrieben. Das muss ich mal wieder machen, immer ein kleines Notizbuch, kleines Zettel. Gut, ich hab ja Sandy, das kann ich auf Sandy schreiben. Und dann lass ich halt das Handy. Und dann funktionier das dann mit dem Tablet. Und dann lass ich halt immer beim Let's Plays Tablet neben mir liegen. Das wär eigentlich ne gute Variante. Oh man, eigentlich hatte ich doch mal gesagt, dass ich keine Dialekte hab. Ich merk immer mehr, wie ich in den Berliner Dialekt reinfalle. Naja, man kann's nicht ändern. Doch, man kann's ändern. Man kann sich Mühe geben. Und eigentlich hab ich ja gesagt immer, dass ich nur Mühe beim Sprechen geben kann. Aber irgendwie klappt das halt nie so, wie man es gerne hätte, wie man es gerne möchte. Was eigentlich recht gerade ist. So, jetzt ist noch Platz. Aber hier haben wir jetzt einen Handschuh. Super. Leichter Handschuh, der Flammen. Na, ab damit. So. So, und weiter geht's hier mit was auch immer. Na, komm. Komm dran. Fiffis. Du bist ein Fiffi. Ja, braver Fiffi. Los, Fiffi. Fiffi 1. Fiffi 2. Komm. Bei Fuß. Hopp, hopp. Und sitz. Und. Mist. Jetzt kommt's grad loswerden. So, ja. Na gut, ehal. Na, jetzt kommt schon wieder ehal. Mein Gott. Ich will das doch nicht. Ich hasse es, wenn man Sachen macht, die man eigentlich nicht wirklich will. Also, das heißt, man bekommt's nicht von jemand anderem auf. Also, wie zum Beispiel, wo ich jetzt ehal und so was dat und gesagt hab. Also, ich bekomme das ja von niemandem aufgezwungen, das zu sagen. Aber irgendwie sag ich's halt trotzdem. Und das find ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich so toll und prickelnd, dass ich das trotzdem so mache. Ich hasse sowas. Das find ich doof. Und ich muss gerade gehen. Und ich muss gerade gehen. So. Ach, ne, die fallen so um. Super. Und der kriegt noch ne Eins. Ne, brauche nicht mehr. Nicht mal. Und weiter geht's. Was ist mit dem hier? Kriegt man dem hier so ein paar von Latz geknallt? Ja, kriegt man. So. Bisschen energiesparend sozusagen. Mana sparend. Ich werd auch mal wieder, ich hatte ja einmal so angezockt machen. Also im Prinzip wie Let's Test, so werd ich mal wieder welche machen. Im Prinzip das eine Plan für Zombies hatte ich ja weiter. gemacht, weil ihr das halt gerne wolltet, beziehungsweise ich hatte dann nur gefragt. Ähm, dann fertig ist es etwas anders, machen die Reihe angezockt, wird halt sozusagen als Let's Test bestehend, also sozusagen Let's Test. Ich will das halt ein bisschen anders nennen. Ich will das halt nicht so wie Let's Test oder sowas, wie halt andere das nennen. Ich finde es ist dann nur abgekoppelt, abge-, das finde ich dann nicht so toll. Und ich will lieber mein eigenes Ding machen. Oh. Und mal wieder schön gegähnt. Und der hat mich vorher gestunnt, bevor ich's machen wollte. Aber... ...dämlicher Typ... ...slammglock-unkey. Was bist du überhaupt für ein Tschi? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch... Naja, ich hab ihn ja gleich. Das durfte nicht mehr so lange dauern. Aber Stun kann ich den nicht, das ist doof. Ach, gleich ist er. Ist er so ein Häppchen. Aber der hat nichts, ist er doof. Ein bisschen Platz im Inventar ist ja noch. Na ja, ich hab ihn ja noch. Ich habe ihn ja noch nicht��.